ähm und zack 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 wisst ihr das lassen wir erstmal so aber das müssen wir weg machen so das ist doch nicht mehr so ein Geheimgang aber es hat seine Qualitäten würde ich meinen oder? ja es hat irgendwie so einen Stil so und auch so Steine hier ja es hat seinen eigenen Stil so eine Graslandschaft erstmal hier so ach guck mal so eine Gummizelle draus machen und so eine Wollzelle guck mal so ein paar Schafe hier einsperren wirst du? so ja ja die Hütte muss natürlich auch viel Holz sein ne ähm ich würde sagen wir machen das erstmal so dass es realistisch erstmal ist hier so wie so eine Decke erstmal drüber ha dann machen wir das jetzt so machen wir jetzt so eine Tür hin wie ich schon gesagt habe dann würde ich aber meinen wir reißen die Treppe hier ab und was mache ich denn vom Mist und 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 hauen da jetzt oh da ist auch die Schaufel kaputt haben wir noch eine Schaufel mit oh ja klar und hauen da jetzt noch so Holz rein so so hier machen wir das jetzt so also dorthin müssen wir auf keinen Fall das bringt einfach nix dann machen wir hier mal so so die Decke kommen ja später noch ach die können wir schön hier auch schon machen was war denn das wieder so so ja 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 guck mal guck mal guck mal ja ja so ist so scheiße machen wir das hier hopp und so weg damit weg damit weg damit weg damit also ein bisschen beeilen hier weil sonst die Zombies kommen ich habe gerade irgendeinen Fehler gemacht das weiß ich jetzt schon aber ich bauen wir einfach mal weiter mhm ja das hätte ich oben nicht wegreißen mhm machen wir das später schöner so 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 na dann mache ich das jetzt wieder falsch so ne ich mache es richtig so so und hier manchmal hauen wir noch so ein schönes Fenster rein so schönen durchblick hier haben brauchen wir ja auch noch ein Fenster rein so komm würde ich sagen wir machen wir auch noch ein Fenster rein oder oder mach mal ha ha ich habe gute Ideen aber diese Ideen umzusetzen das muss ich aber erstmal überlegen alles mal alles so durch den Kopf gehen was man ja alles machen könnte und da ist ist erstmal irgendwie äh Creeper oder sonst wie Skeletti keine Ahnung ne also hm wie machen wir das jetzt so wir oh oh ja so geht es natürlich auch Mensch 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 so jetzt kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren ich würde sagen wir äh ähm ich weiß sie im Regen motiviert mich wir machen jetzt äh zack 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 und ähm waka scheiße waka ja ach Mist das ist jetzt langsam mal verarsche toll jetzt habe ich das ist ja doof hm oooook das ist ja mehr Hagel als sonst was oh jetzt haben wir jetzt erstmal hier so ach das ist doch scheiße was haben wir hier denn vermisst gemacht wir haben jetzt da genug frei also kann man das ja auch weg machen so aber das hier würde ich gern ich mach das noch zu das könnt ihr mir glauben das mach ich noch zu so ähm hm hm so warte mal dann kommen wir hier zum Beispiel wenn da zum Beispiel Monster sind wir könnten wir könnten ja ich hätte eigentlich ja wir könnten so viel eigentlich machen wisst ihr hm wir könnten hier raus noch ganz viel machen aber ich bin einer der gerne mit Fenster arbeitet ich will ja noch Fenster drin haben ja und jetzt dann kriegt man auch die Kacken hier wieder raus so zack ja aber damit es auch ein bisschen besser hier aussieht dann müssen wir auch noch ein Fenster reinhauen sooo das ist jetzt aber nicht mehr so schön wie das oder wisst ihr hm wir könnten wir könnten ne warte mal ha 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 kommt mir langsam vor wie so eine Festung hier wir müssen noch mal mehr mit Steinarbeiten würde ich meinen und ein bisschen mehr mit Fackeln komm wir machen noch ein paar Fackeln oder die hier draußen zu viele Bromme ja gar nicht hier da steht zum Beispiel eine hier wegen den Bäumen habe ich das gemacht hm sollte ich die hier lassen ne also hier oben ach komm hier können wir eine stehen lassen die brauchen wir nicht aber die sollen ein bisschen mehr an der Seite stehen so direkt in der Mitte ist auch scheiße auch scheiße aus wisst ihr wir können zum Beispiel hier so ne warte mal zum Beispiel hier und hier sieht sich doch schon viel viel besser aus hier unten müssen auch Fackeln sein da da so hab das auch schon beleuchtet wisst ihr wir könnten ja eigentlich unseren kleinen Weg runter bauen der irgendwo hinführt ich weiß nicht ich hab viele Fantasien hm Wann mal so der Weg führt uns hier rein aber aus dem Weg könnten wir auch noch ganz viel machen warte wisst ihr wir schlafen jetzt mal kurz und dann mache ich mal kurz was so dann schlafen wir mal kurz krr 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 so dunkel. Hey, oder der ist hier drin gespawnt. Hallo? Nee. Hey, wo ist denn der gespawnt? Vielleicht muss ich immer die Tür zumachen, auch wenn alles hier abgesperrt ist. Okay, okay, der hat mich gerade erschrocken. Ich habe mich wirklich erschrocken. Okay, wegen denen habe ich jetzt meine Idee vergessen. Ja, wir haben doch geschlafen. Warum ist es immer noch dunkel? Ich glaube, wegen dem Monster. Wir nehmen jetzt unser Schwert. Machen die so. Hallo? Hallo, hallo? Wow. Geht doch. Und, ist da draußen irgendwas? Nö. Was haben wir hier? Hallo? Mein ABF, hallo? Komm rein. Nein! Ja, haha. Du bist hässlich. Hallo? Willst du rein? Oh, wollt ihr beide rein? Oh, tut mir leid. Da haben wir keinen Platz mehr. Willst du wörtlich rein? Kann ich verstehen, da drin ist schön. Oder komm mal ans Fenster. Guck mal, guck mal hier. Willst du sagen, komm mal ans Fenster? Komm mal hier. Hallo? Weißt du? Wir beobachten euch mal von draußen. Also von oben. Von unserer kleinen Veranda. Unserer noch unfertigten Brücke. Wo hier Fackeln stehen, die unnötig sind. Vorerst. So, das sind noch unsere Freunde. Huhu. Hm. Witzig, die Nachbarn. Ha? Also mit denen hat man nicht Langeweile. Ob ich die killen kann, Alter? Hallo, hier bin ich. Hm. Sieht schon mal interessant aus. Hallo? Okay, dann beenden wir erstmal bei den kleinen Freunden die Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft.